Welchen Weg können die zu erledigen Aufgaben im Scrum nehmen? Oder wie fließt eigentlich Arbeit in Scrum? Um zu verstehen, warum und wie Scrum funktioniert, müssen wir zunächst verstehen, wie die Arbeit in Scrum fließt. In diesem Video zeige ich, welchen Weg sich Arbeit in Scrum bahnen muss, damit auch Scrum erfolgreich funktionieren kann. Der Product Owner ist die zentrale Rolle, wenn es um Arbeit für ein Produkt geht. Ihm gehört das Product Backlog, das er transparent und für alle einsehbar pflegt. Er sortiert die Aufgaben für das Produkt in diesem Product Backlog. Und diese Anfragen für Aufgaben können sehr vielfältig sein. So können das wichtige Dinge aus dem Management sein, neue Features, Fehler, die gefunden werden oder auch Support, der das Produkt betrifft. Egal, was es auch ist, alle Arbeit für das Produkt geht über den Product Owner und nur über den Product Owner. Das wirklich Gute ist jetzt, er hat genau drei Möglichkeiten, wie er mit den Anfragen umgehen kann. Ja, tatsächlich nur drei. Möglichkeit 1. Die Arbeit ist wichtig, sie muss getan werden. Der Product Owner sortiert diese in das Product Backlog ein und je nach Geschwindigkeit des Entwicklungsteams wird diese Arbeit dann in dem nächsten oder einen der nächsten Sprints umgesetzt. Das bedeutet, das Entwicklungsteam wird bei der Planung diese Arbeit berücksichtigen und ihrer Priorität nach einplanen und abarbeiten. Wenn es soweit ist, sind diese planbaren Aufgaben in dem Sprint Backlog zu finden. Sie werden detailliert, geplant, bearbeitet und abgeschlossen. Möglichkeit 2. Die Arbeit ist wichtig und so dringend, dass sie nicht warten kann und im aktuellen Sprint bearbeitet werden muss. Dann gelangt die Arbeit sofort ins Sprint Backlog, was mit dem Team zuvor diskutiert wird. Das sind unplanbare Arbeiten, bei denen zwei Varianten möglich sind. Zum einen kann das Team mit einem Puffer arbeiten. Es hält sich also etwas Kapazität vor, die nicht verplant wird. Dieser Puffer sollte empirisch bestimmt sein und natürlich auch nicht zu groß sein, da Puffer betriebswirtschaftlich nun mal teuer sind. Die zweite Variante ist, dass bereits im Sprint befindliche, aber noch nicht begonnene Arbeit entfernt und die neue Arbeit aufgenommen wird. Möglichkeit 3. Der Product Owner entscheidet, dass die Arbeit gar nicht getan wird und damit taucht die Arbeit auch nicht im Product Backlog auf. Abschließend sei hier noch erwähnt, dass das Entwicklungsteam nur die Arbeit aus dem Product Backlog über das Sprint Backlog entgegennimmt und keine anderen Wege von Arbeit an das Team existieren. Das ist ein sehr, sehr gut.